Kommen jetzt also doch noch die Dino-Mensch-Hybride ins Jurassic-Universum? Das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich jetzt schon öfter gelesen habe, denn es gibt tatsächlich, naja, Gerüchte da draußen, die behaupten, dass wir in Jurassic World Reverse, in dem neuen Jurassic World Sequel, in dem uns ja ein gewaltiges Geheimnis versprochen wurde, dass das Geheimnis einfach das sein soll, dass wir jetzt hier einen Dino-Mensch-Hybriden bekommen. Und ja, ich habe mich mal mit dieser Thematik ein bisschen mehr befasst. Denn tatsächlich keimt der Dino-Mensch-Hybrid ja schon länger im Kopf von vielen Leuten herum. Nicht nur von uns als Fans, nein, auch schon in den Köpfen von Regisseuren und Produzenten des Jurassic-Universums. So gab es ja eine ganz kurze Phase der Ideenfindung, in welcher man sich überlegt hat, wie wäre es eigentlich, wenn wir in Jurassic Park 4 Dinosaurier und Mensch-Hybriden mit einfügen, die danach zum Militär gehen und irgendwie mit Waffen kämpfen. Und das Ganze hört sich wie eine sehr, sehr wirre Sache an, wo man wirklich sagen kann, was war da mit den Leuten los? Wie kommt man auf die Idee, von einem schön geerdeten Film wie Jurassic Park zu sowas überzuspringen? Ich meine, dagegen wäre immer noch Jurassic World Dominion ein wahrer Wissenschafts-Thriller, der eher in der Realität spielen würde als das. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist die ganze Nummer mit Dinosaurier-Mensch-Hybriden doch eher an der Realität dran, als wir das bisher alle wussten. Wir sprechen da jetzt mal drüber. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Viel Spaß mit dem Video. Und nein, ihr Lieben, keine Sorge, wir reden jetzt hier nicht über mysteriöse Echsenmenschen, die im Inneren der Hohlerde leben. Nein, hier geht es tatsächlich um wirkliche wissenschaftliche Expertisen, beziehungsweise einfach mal um die Frage, wo kommt die ganze Dino-Mensch-Hybrid-Nummer überhaupt her? Denn Jurassic Park 4 hatte wirklich diese Idee für einen ganz kurzen Moment gehabt. Ich meine, wir kennen alle diese Konzeptzeichnungen, die ja bis heute immer noch als das wäre Jurassic Park 4 geworden, dahingestellt werden. Das stimmt so nicht ganz. Diese Konzeptideen, die wurden einfach nur mal so in den Raum geschmissen, wurden aber nie als bestätigt angenommen. Das heißt, niemand hat gesagt, ja, das machen wir so. Aber allein die Idee zu nehmen, ist schon sehr, sehr seltsam. Wenn wir uns allerdings einfach mal den Roman vom allerersten Jurassic Park anschauen, dann können wir hieraus bestimmte Informationen entnehmen, die tatsächlich schon auf Dinosaurier-Mensch-Hybride hinweisen, beziehungsweise auf kleine Konzeptstücke, die weitergesponnen wirklich zu so einem Film hätten werden können. In dem Kapitel, die Rundtour, erfahren wir nämlich zum Beispiel auch, dass Dennis Nedry eigentlich relativ verwirrt gewesen ist, dass die Aufnahmebedingungen bei Ingen so hart gewesen wären. Daraufhin antwortet eben sein Dozent, naja, möglicherweise geht es eben hier bei diesen 80 Millionen, oder waren es 80 Milliarden Datensätze, oder 8 Milliarden Datensätze, ich werde es hier unten gerade mal einblenden, möglicherweise geht es ja bei dieser schieren Anzahl an Datensätzen um DNS. Dennis Nedry antwortet dann darauf hin, dass er diese Überlegungen ein bisschen seltsam findet, denn aktuell wissen wir zwar, dass Wissenschaftler mit menschlicher DNS herumfuhrwerken, aber dass genau das noch so stark am Anfang ist, dass man da nicht wirklich was mit anfangen könnte. Ebenfalls wird im Buch später noch darauf eingegangen, dass definitiv die Möglichkeit bestehen würde, bestimmte DNS-Strängen von anderen Lebewesen mit der von Dinosauriern zu komplementieren, was wir quasi auch schon im Film gesehen haben. Im Buch wird das Ganze nochmal ein bisschen weiter ausgebaut und tatsächlich kann man sagen, ja, das hier ist so der erste Gedankengang in eine völlig andere Richtung. Aber wo hat Michael Crichton das überhaupt her? Denn Crichton ist tatsächlich dafür bekannt, dass er, obwohl er sehr viele Monster-Dinosaurier in die Geschichte mit eingeflochten hat, dass er extrem viel wissenschaftliche Beratung bei dem Schreiben seines Buch hatte, unter anderem ebenfalls von Paläontologen, aber auch noch anderen Wissenschaftlern, die ihm eben bei der Recherche dabei geholfen haben. Diese ganze Nummer von wegen Dinosaurier und Mensch miteinander verbinden, die kommt nicht einfach von irgendwo. Das bedeutet auch das gesamte Szenario mit einer Macy, die dann durch ein bestimmtes Klonverfahren von einer Krankheit geheilt wurde, das entstammt im Endeffekt auch schon der Idee von Michael Crichton aus den Büchern. Denn tatsächlich ist es so, dass auch in unserer heutigen Realität sich Wissenschaftler damit beschäftigen, menschliche DNS mit der von Tieren zu verbinden beziehungsweise eben zu komplementieren oder aber auch zu ersetzen. Das Ganze hört sich jetzt wieder sehr, sehr abgefahren an, ist aber tatsächlich eine medizinische Vorangehensweise. Das heißt, man möchte damit jetzt irgendwie nicht anfangen, Menschen-Jaguar-Beine zu verpassen oder dafür sorgen, dass ihr herumhüpfen könnt wie Frösche. Nein, hierbei geht es tatsächlich um eine Vorbeugung auf bestimmte Viren. Wenn ihr das Thema Virus jetzt hört, müsst ihr wahrscheinlich auch direkt an Jurassic World Rebirth denken. Ja, tatsächlich könnte es passieren, dass das hier nochmal aufgegriffen wird. Denn das, was Michael Crichton in seinem ersten Buch bereits angesprochen hat, basiert auf den wissenschaftlichen Fakten unserer Forschung, dass es nur einmal Tiere da draußen gibt, die auf bestimmte Viren nicht anspringen. Also Viren, die quasi in den Tieren drin enthalten sind, ja, die mit dem Immunsystem oder mit dem Körper an sich aber einfach nichts wirklich anstellen. Bei uns Menschen allerdings könnten solche Viren tatsächlich ein paar mehr Schäden anrichten und sogar möglicherweise zum Tod führen, je nachdem, wie stark diese Viren dann auch noch mutieren können. Aus diesem Grund überlegt die Wissenschaft eben, menschliche DNS mit der DNS von solchen Tieren zu kombinieren, dass auch wir als Mensch nicht mehr so anfällig für solche Art von Viren sind. Das Ding dabei ist allerdings, erst mal sind wir noch nicht ganz so weit, um wirklich DNS-Stränge komplett austauschen zu können und noch wird man auch nicht ganz genau wissen, was das noch für Auswirkungen haben könnte auf unseren eigenen Körper. Was uns Jurassic World Rebirth jetzt allerdings in der Plot-Synopsis erzählt, wäre eine Sache, die tatsächlich das noch einmal aufgreifen könnte. Denn wir wissen inzwischen, in Jurassic World Rebirth wird es um einen Virus gehen, der entsteht dadurch, dass Dinosaurier mit unserem ökologischen System nicht klarkommen und sich deswegen bestimmte Viren in den Körpern weiterentwickeln. Diese Viren passen sich logischerweise aber an, denn ein Virus will ja weiterleben. Deswegen sind die auch so extrem anpassungsfähig. Und ja, in dem Film wird es wohl darum gehen, dass dieser Virus, möglicherweise der DX-Virus aus The Lost World Jurassic Park 2 aus dem Roman, dass der jetzt auf den Menschen übertragbar ist. Unsere Helden, zu denen Zora Bennett, also Scarlett Johansson und Jonathan Bailey zählen, die müssen jetzt auf eine Insel fliegen, um dort Dino-DNS zu beschaffen, um ein bestimmtes Medikament zu erstellen, das dann die Menschheit vor dieser Art von Virus heilen. Unter anderem verrät uns der Plot aber auch noch, dass wir dann plötzlich auf ein Geheimnis stoßen, das seit Jahrzehnten geheim gehalten wurde. Wenn ihr euch denkt, wo ist der rote Faden? Was willst du jetzt hiermit erzählen? Dazu kommen wir jetzt. Denn, wie gesagt, dieses Buch hat die ganze Nummer mit menschlicher DNS zur Heilung verändern bereits angesprochen. Die ganze Nummer wurde in Jurassic World Dominion dann mit Macy weitererzählt. Ebenfalls wissen wir, dass auch in der Realität solche Ideen in wissenschaftlichen Köpfen hervorgerufen werden, um zu versuchen, bestimmte Krankheiten zu heilen. Und wenn wir hier eins festhalten können, dann ist es wirklich, dass Jurassic World immer wieder versucht, dem Buch gerecht zu werden. Es gibt so viele tolle Referenzen, die Jurassic World an das Buch, in die Filme mit eingebaut hat. Und David Köpp tatsächlich ist dafür bekannt, dass er in die Jurassic-Filme immer diesen gewissen Hauch von Wissenschaft mit einbauen wollte. Und ja, Michael Crichton hatte diese Idee natürlich auch schon in seinen Büchern gehabt, nur lebt Michael Crichton aktuell leider nicht mehr. Das heißt, ein David Köpp könnte tatsächlich genau auf diese Idee zurückgreifen. Könnte das also jetzt bedeuten, dass wir vielleicht doch im Endeffekt Dinosaurier-Mensch-Hybride bekommen? Wenn ja, gehe ich davon aus, dass wir aber dann nicht groß, halb Mensch, halb Dino-Wesen rumlaufen sehen. Ich gehe davon aus, dass das im Endeffekt einfach die Lösung des Problems sein könnte. Dass wir am Ende des Films möglicherweise menschliche DNS mit der von Dinosauriern komplementieren und irgendwie zusammenwürfeln durch dieses Medikament, damit wir einfach nicht mehr anfällig für dieses Virus sind. Aktuell bin ich wieder stark am Lesen. Und bei dem Kapitel jetzt hier ist mir genau die Idee gekommen. Es wurde nämlich genau darauf eingegangen und ich habe mir gedacht, komm, vielleicht ist doch das irgendwie ein Hinweis darauf, dass diese gesamte Idee, die jetzt ja wirklich schon seit Jurassic Park 3 irgendwo in den Köpfen auch von den Produzenten umhergegeistert ist, zu einem Zeitpunkt, wo Michael Crichton sogar noch am Leben war, dass diese Idee möglicherweise doch einfach gar nicht mal so blöd aus dem Hut gezaubert wird und doch auf irgendwas fußt. Tatsächlich können wir sagen, ja. Sowohl einmal auf der Fiktion von Michael Crichtons Buch, aber auch einmal aus der realen Wissenschaft. Jetzt bist wie immer du gefragt, was hältst du von meiner Idee? Könnte das im Endeffekt wirklich so die Auflösung des Ganzen sein? Und wenn ja, was würdest du davon halten? Schreib mir alle deine Gedanken jetzt mal zu der Mensch-Dino-Hybrid-Theorie in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.